Ich hätte mal einen zweiten zurückschalten können, wenn nicht sogar müssen. So. Der war jetzt mal kackenfrech vorbeigebremst, aber ich schätze auf der Geraden wird der mich immer wieder schnudeln können. Scheiße, ich hätte innen bleiben sollen. Jetzt kommt er schon, glaube ich. Ja. Er ist gekommen. So, hast du es?